willkommen mein name ist dann die warte und ich begrüße euch so passt zum sport ultimate ist erwartet wir kämpfen einfach gegen das wie ich wir machen erstmal den er fertig und danach machen wir direkt ab wie ich fertig ich wollte jetzt nicht googeln oder so also machen wir einfach so wie ich denke wenn ich dann sehen wenn ich den ganzen abenteuermodus noch mal neu machen muss sagen und ja wo ich doch schon neugierig darauf wer wird die anderen ending zu werden aber vielleicht kann man ja danach noch weitermachen kann man nicht also danach weil ich ja wohl auch noch die dinge zu erledigen können da die anderen geister also das ist das von krampf dann machst du es mir gerade so schwer so war ehrlich da kann jetzt eigentlich nur sein schild hochpacken und sich voll heilen aber okay da war doof von dir der schafft das auch noch damit hätte mich gerne getroffen da ist bei der starke angriff so fliege und säg ja was geht noch weiter ist das dann auch eine mitte die 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 wo da läuft sagt alter ok der witz mit pk von da bestimmt nicht retten können aber wir haben klaus ich hoffe jetzt hat der weg jetzt wieder freigeschaltet wird bei dem problem ja super geil ja wieder klar schief läuft oder nämlich mal ich muss erst die hand erledigen dann ist wieder am weg frei zu dem boss wenn man doch nicht gegen hat sich kämpfen können heute so eben nehme ich mal an wieder verstärkung kommen wenn ich den erledigen also guck mal wird hier abläuft weil daher voll schlagen gemacht ich mich verarscht aber ich habe alter macht der schaden jetzt hat nicht so viel schaden gemacht und dreck ich hätte wirklich nicht gerne so viel schaden aber wollte schon sagen wir landen oder und ja wenn wir am anfang so viel schaden genommen man sollte hat der angriff macht voll schaden ja sehr gut ich setze den angefallen der macht voll schaden war schon wieder nicht aber gut der dinge sehen und statt ausgewischen bin und er trifft mich ja mit jedem scheiße da war damit auch das hat gar keinen schaden gemacht war ich hoffe die lebensleiste gesehen hat überhaupt keinen schaden gemacht da kommen wir ja das habe ich schon wieder getroffen so kommen dem tatsch habe ich immer ausgerüstet sagen jetzt noch mal also war seine ja dieser angriff ich komme mit denen ich kann ich kann mich da gar nicht aus befreien doch wieder ehrlich ha 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 diesmal denn hier mal ist es auch einfach alle hat er nicht getroffen ich bin wahrscheinlich nur ein lernen wie ihr von warum hat mir letzte stadt fünf dinger gehalten der autoerholung glaubt er ist wie als wenn herrkules ja die hydra besiegt hat dann einfach einmal aus der kralle rauskommt ja schön um es ist ja so irgendwie steigkräfte finstern ist aber ist nicht weiter gegangen ja okay dann gucken wir mal nur passt dann gucken wir mal bist du in sein pokémon nein ich habe den pokémon selber einsetzen können ich glaube da ist nicht so wäre ich auszuweichen hat drei angefangen gelassen habe ich damit nicht mal getroffen nicht mal annähernd dann nein nein aber jetzt aber gerne ja weil wir schon gedacht hat er mich damit richtig trifft wenn einer davon wird schon treffen oder auch nicht ja schau dir all die bunten farben an heute ist noch nicht cool grimmige gottheit das will link wie long aus pencil bei mir ich dachte es hat flügel aber weil die statue unter dem was wir mit einer bombe mehr abgezogen macht der das kann ich auch mal wieso habe ich den nicht getroffen ja ein nachteil nach und anderen grieche also aufheben ich räume da rein sehr gefährlich die wasser im wild schießend bis noch nicht mal weg okay ja okay da irgendwie geht's ja nicht weiter der weg zu denen öffnet sich nicht mehr bayonetta die habe ich jetzt echt schon zu oft gesehen mir das auch die gleiche strategie wie jeder andere bayonetta die ich in letzter zeit der kämpfe irgendwie fünf verschiedene rettungsangriffe bin ich mehr rein die versucht mich immer raus runter zwar ohne wenn ich hatten diese dinge es geht bleibt mich das hat tschüss so kann ich immer lernen keine ahnung problem ist ich weiß es nicht ob der jetzt auch dazu zählt oder nicht aber wir gehen jetzt mal zu denen hin weil vom was ich mir hat wieder und dann stehe ich da wieder ich will wenigstens gegen eine kämpfe und wenn ich dann schon vermassert möchte ich nicht gegen den ein aussehen kämpfen also es kommen wie auch immer nur noch mal hieß ich kann mir nichts holen alles klar ich muss mal denken ja ich damit kann ich mehr mit schild bei euch mehr kräfte klaus habe ich besser ja dann kommen wir ja da ist schon wieder da sind jetzt der gleiche kommt oder bestimmt ein paar neue tricks oder sogar neue phasen wahrscheinlich was noch nerviger wäre ja oder auch nicht da komme ich nicht ran ich habe ich glaube ich glaube ich bin irgend so sicher noch da ich komme ja nicht dran hallo ha nein bitte nicht jetzt habe ich nicht glaube ich nicht also ich halte mich hier wie ihre hoch das gerade der fall ist verlangsamt mich ich habe mich schon gefragt was das macht wird davon irgendwie noch nie getroffen jetzt mal betäubt werden ich habe dann einfach nur mehr ap da mache ich so was ich ja auch wenn ich gut hatte die ganze zeit hier auftauchst okay 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 aber ich könnte die umverwundbarkeit nutzen genau das mir jetzt gerade so eingefallen auge aber was hat denn ja wenn wir einen auf andere t oder war da sens confirmed für smash bross gott hat noch eine million neue anrufe was haben wir zur auswahl kräfteklau durch blocken eigentlich nicht geht schon wo wir noch an die ganzen angriff hier gewöhnen auch hier bin ich ein bisschen davon treffen lassen nein dieser angriff tut so viel weh so hat er einige phasen oder ich gar nichts macht also lange tut mir auch weh ja geil habe ich dann für eine andere wahl noch schützen bringt mir überhaupt nichts also das einzige was ich machen kann eigentlich das wie diesen kampf wird es schaffen wir ja okay komm her nein okay jetzt gehen noch geht es noch ja man läuft immer noch besser als der anderen versuchen bisher aber trotzdem jetzt bringt blocken was dagegen oder bin ich mal ein dieser angriff ne okay geht aber gut also mit der tier okay schon sagen soll man denn dadurch kommen immer noch neue angriff herrlich kommt schon mit den angriffen jetzt schon das nicht so gut klar wie soll man bei dem angriff ausweichen kollege das wird nichts was sie hat nein nein ich der angriff bei euch was sagt jetzt wieder auch so das und ich war weg das wird hässlich okay ich weiß nicht wie ich einigen ausbrechen soll alter war machst du dann jetzt so schnell die angebot und wie doch erstmal hier mit einem fähig werden okay ich glaube ich muss einfach nur weit entfernt von dem angriff sein jetzt dazu streut und er war gut so langsam aber lerne ich hier einige angriffe nicht alle aber nein was für den ok schon zweite phase und ich habe noch null prozent gut hey da war unfair ich kann überhaupt nicht durch hey was soll ich kann da gar nicht durch ja naja keine ahnung und wenn ich immer getroffen aber es ist gut ist gut ich soll es doch heilungsschild einsetzen da aber ich bin tot naja ja war nicht so gut am anfang aha also bach heilung schild ja ich denke ich werde dauernd kriegt wird wieder eine ewigkeit dauern ich kann das sogar blocken man konnte ich vorher nicht blöd oder was ich weiß nicht ob ich da sicher war oder also ja gut ich dachte mal richtig gut aber ist besser ich glaube ich werde mehr getroffen dass ich angreife und ich habe mich ja so oder so genau jetzt habe ich mich wirklich durch fast alle mehr ja gut das so zurück ich gehe einfach mal mit besser schon sagen wir sind sogar keine da warum kann man da jetzt wenn ich gezählt das spiel war ich mich ja wenn sie gerne mich irgendwie am break wie die fort der 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 bringt nichts muss ich ausprobieren halten habe ich mal danke erwartet mit mx dieser angriff ich weiß nicht wie man diesen angriff ausweichen soll geht so schnell den krieg wahrscheinlich nicht da und ich hoffe schwer ist wieder wie tabu nämlich an ja 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 nein bleibt doch hier man mit so blöd so außerhalb der state zu kämpfen ok ja 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 aber schon sagen noch mal idee habe ich schon wieder ein paar getroffen naja es geht auch wieder los verlauf naja ich habe geschafft habe aber relativ wenig kratzer an ja sobald diese eine angeführung bin ich dran weil ich nicht weiß was ich da machen muss meckere naja ja gut hat jungen gesehen das hat nein 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 oh gott es geht so viel ich komme damit nicht klar ist einfach viel zu viel wird da kommt ich weiß nicht was ich hier machen soll das wollte ich nicht machen was habe ich denn ja noch für optionen autoreilung ja meinungsschild ich darf mal versuchen ja aber da gibt mir sogar mehr abwehrkraft als andere ja Oh, man. Oh, dude. Ah. ehrlich diese heilung gebaut wo kommen wir runter war geil ich denke jetzt so lange bis ich das schaffe ich will das heute eigentlich hinter mich bringen aber so wieder aussieht wird das nix ja da sind wir mal so sachen mit kreuz von die konnte ich schon nie irgendwie befestungsgegner aus das match vor der tat auch allein ja noch mehr geil dass ich schaden genommen habe ich habe gar kein schaden genommen aber was schon ah Ah. Nein. mit dem komme ich eigentlich auch schon klar naja so kommen nein nein jetzt wieder los kommen da bin ich schon jetzt 60 noch schaffen ja wir sind angriffe wie er nimmt auch viel weniger schaden glaube ich jetzt ne ich habe kein was soll ich denn ja machen ich weiß nicht wenn auf angriff hier gehen oder so war war kann ich immer noch mehr verteidigung habe ich so gefühl einfach schrecker bringt mir nix hm Hm. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. wir ein bisschen konzentrieren habe ich das gefühl war natürlich gut wenn ich da ein paar mal öfter einsetzen könnte aber nein war sehr gut überhaupt nichts ja ja ein treff doch mal ist das jetzt mal aufgepasst trotzdem getroffen das lief gut bisher aber es kommt ja erst der horror hey da muss ich also versuchen ich werde so oder so getroffen also vielleicht den versuchen da jetzt noch mal an wird was ist das gruselig ich schon beinahe rausfinde wie die dinger funktionieren nur diese eine angriff nur diese eine dann stört mich ein bisschen er macht auch noch so tonnenweise schaden ja ich lese ich sehe es okay auf so viele sachen auf einmal kann ich nicht achten es geht da wieder so ich krieg mir fast gar nicht mehr zu fassen er ist ein problem kommt läuft gut bisher ja ich kann da nicht ausmachen das war so versuchen und das weiß ich nicht ja sehr gut noch so wenig schaden jetzt also bis dann alles nur noch mal überleben nehme ich an manchmal heilung schild ausgerüßte war bestimmt aber ja 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 bestimmt voll effektiv gegen diese dinger sowieso einen schaden macht trauen sagt mehr also zurückkommt wolltest du ja da war es na komm schon so ich will wieder dings haben teilungsschützer okay warum schon ich krieg das hier noch raus okay ist gut ich muss manchmal blocken mich zu heilen also das überlebt hier nicht ja ich habe es gesehen bitte nicht von zehn sachen auf einmal davon treffen lassen das wäre auch gut noch heimlich wird nach prozent gehalt der prozent kann helfen na größe dann muss ich ein bisschen strategische einsetzen na gut ich wollte schon sagen einfach aus dem bildschirm so gekickt so weg ich möchte sich als erz aktiver dann gehe ich sofort zu den in der nähe ja das ist ja besser laufen können ja jetzt kommt der ja ja geil war schon wieder doof allein der macht sein da ja geil wird nichts also hat so gut angefangen das ist das ist das ist das ist naja sicher klar jetzt genau gebrauchen gestand werden wieder an einigen komme ich gar nicht vorbei nachher mich bitte aber jetzt noch schafft er hat mich ja sowohl angefangen es war in der rechten stelle aufgetaucht ich will heute noch schaffen wenigstens den er den anderen habe ich kommen ob man danach möchte das schaffe zu dem hinzug kommen heute was was so 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 ha 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 mich auch noch danke neun prozent kommt und zweite phase warum schaut mal diesmal ja ich bin ausgewickelt man willst du eigentlich und er geht wieder zur runde herr sehr gut sehr gut weil sie mich das gemacht habe war ich glaube ich habe ja los die sagen naja ein gott hat doch mal ein bisschen hier danke das gibt es jetzt einfach nicht wieso werde ich davon getroffen ich bin nur außerhalb von dem ding herrlich so hat den raus ich weiß nicht ich krieg der nicht zu passen wo ich mache denn gar keinen schaden länger als zwei runden schaffe ich nicht ich mache dann gar keinen schaden ich kriegte mich das furchtbar guck mal wie wir nicht schaden ist der nummer aber sehr gut und das wird nicht reichen das wird absoluter champion jetzt spielen na komm ich nicht so gebracht nein danke ja ein bisschen geheilt gut haben wenn ich das jetzt schaffe hier kann mich ein bisschen hoch ein wenn ich werde immer von diesen angriff getroffen ich weiß nicht wie mein gott war jetzt so gut und jetzt darauf an wort für angriffe der noch auf mich ballert oh nein oh mein gott ich habe es geschafft und ich krieg nichts mein gott schön und das licht sieg gegen das böse in die dunkle reich das war schwer und sie war wieder in den statuen verwandelt wollen sterne ehrener lichtarbeit okay weit sagen wir so zu Ende okay gut abgeschlossen oder nicht sie sind abenteuern uns erfolgreich ab aber ich habe so gefühl da war nicht das richtige ending oder gut dann geht es wohl noch weiter wer hat das gedacht gut dann verlangt mich mich herzlich für zuschauen und wir sehen uns in der nächsten folie davon jetzt bei super smash bros ultimate ich glaube ich als zuschauer sagt tschüss bis zur nächsten folge mit folie jetzt habe ich noch mal die